Ja, hier ist wieder euer Christian Madden-Schön aus Sonneberg bei Twitch der Sonneberger und ihr wisst, ich habe vor, irgendwann ein eigenes Radio zu gestalten, interaktiv, Hi, I'm Sofaking, interaktiv mit Livecam-Sendung und richtig Radiostudio und 3D-Chat-Umgebung, wo Chatter drin sein können in dem 3D-Chat und sich da Autare gestalten können. Also richtig geil, interaktiv will ich ein Radio gründen und mit allen drum und dran, so ein bisschen, weißt du. Und, naja, auf jeden Fall sind wir da, deswegen jetzt mal wieder auf Twitch und ich mache eine allgemeine, richtig coole Radiosendung für euch, bin ich am Start. Und ja, ich würde sagen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt einfach auf den Link klicken, da seid ihr sofort auf dem Twitch-Kanal, könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auch einen Account machen, wenn ihr noch keinen habt. Da könnt ihr auch kommentieren und spenden und was, wisst ihr, was ihr wollt. Und, ja, auf jeden Fall machen wir wieder abendliche Radiosendungen bei Twitch und das wollte ich euch Bescheid sagen, deswegen das Video für euch hier bei YouTube kurz als Ansage, als kleine Promotion, dass wir wieder bei Twitch Radio machen und dass ihr alle herzlich erwünscht seid, wenn ihr euch benehmt, natürlich, sagen wir mal so. Okay, also vielleicht bis gleich, euer Schöni. Tschüss.